um so wir können ja ein battle machen das müssen wir nicht drehen nein zu zweit mache ich nicht auf keinen Fall vergiss es du brauchst du brauchst mich gar nicht überreden das ist einfach langweilig weil du eh verlierst nein ist egal welcher Grund ja weil du eh verlierst das weißt du nein und selbst wenn es geht um den Spaß und es macht keinen Spaß nicht weil ich verliere oder ja weil du verlierst ah Albert ich mach jetzt gleich Aufnahmenpause ach ich hab Gold gefunden ja toll Gold bringt sowas von gar nicht doch für ein Ding zu teilen ja stimmt äh man so hab ich keine Schaufel mitgenommen und noch mehr Alben dann dann tue ich meine äh äh dann tue ich die Ärzte schon mal ins Backpack rein da halt die wertvollen Sachen und noch mehr Eisen die zu dritt bringst du das äh so irgendwie dann ich hätte jetzt auch wirklich Bock aufs Battle Bei mir ist grad so langweilig Ich verzauber dann nochmal Weil ich bin jetzt 29 Ja dann gib mir Mir aber die Spitzhacke Ich verzauber doch keine Spitzhacke Ich verzauber mir ein Schwert Ich glaub nicht Dass wir nochmal eine Glück 3 Spitzhacke kriegen Und wenn dann Boah jetzt Baue ich hier das Lava mit Eisen zu Ja Kannst du doch gar nicht Doch natürlich Hast du Eisenblöcke gemacht oder was Nein aber das ist Ungeschmolkene Eisen Achso Es heißt Eisenerd Ja stimmt Das wäre doch mal cool wenn man irgendwie Flame auf eine Spitzhacke Kriegen würde Und dann dass man Eisen Wenn man Eisen abbaut Schon den Barren kriegt Ja Wärts vor Unlobis aber cool Ich wette so ein Mod gibt's Ja Oder dass man mit dem O Eisen abbaut Mach mal let's test T-Worlds Ich darf nicht mehr T-Worlds spielen Echt auch nicht wenn du Noch mehr Dias Auch nicht wenn du jetzt fragen wirst Und noch 10 Dias Warte jetzt hab ich insgesamt 36 schon wieder ein Nein Marc ehrlich Ich darf nicht Oh man freut sich schon gar nicht mehr über Dias Wenn man so viele hat Gäh Was? Man freut sich schon gar nicht mehr über Dias Wenn man so viele davon hat Man kommt jetzt endlich in Gang Oh ne oder immer so Schluchten Der Gang ist jetzt auch für den Arsch Also ehrlich das Ein Gammel Ja hast du Kohle übersehen So ok der Gang ist jetzt auch fertig Dann ist der Gang natürlich auch am Arsch Weil da ja auch die Das Ding ist Ja aber du kannst Du kannst doch bis dahin meinen Mach ich Achso Stimmt Stimmt Ja das ist natürlich eigentlich logisch Boah wenn ich jetzt sterben würde man Ich würde mich so aufregen Dann hätte ich 31 Dias verloren Oder warte wie viel sind es jetzt 36 sogar Man weißt du auf was ich jetzt wirklich Bock hätte Auf was? Ich bin da auf Mensch schon Echt? Ja Da machen wir Let's Let's look together Ah genau Let's watch together Soll ich mal Slender Let's testen? Ja ok Also ich mein es Ich weiß aber nicht ob du ein Herzinfarkt kriegst Slender ist echt nicht schlimm Also Ich weiß aber trotzdem das Erschrecken sagen wir mal Wenn du dich schon in Minecraft immer erschreckst Wann? Ja aber Ja immer wenn ein Creeper kommt oder so Nein Doch Ich erschrecke mich nicht Ich schrei halt dann nur immer Ich schrei halt nur laut wenn ein Creeper kommt aber das hat ja nichts nicht aus Angst oder Furcht sondern einfach What the fuck Spinne Ja toll jetzt ist die Spinne im Lava gestorben War das die Höhle? Bis hierhin hast du ja gar nicht gegraben Du hast ja gar nicht bis hierhin gegraben mehr wo ich schon bin Ich hab keine Ahnung was ich gemacht hab Du bist voll unlogisch Dann hast du in eine andere Richtung gegraben Ich bin zu einer Höhle gekommen Eine riesige Und dann bin ich wieder zurückgegangen Oh Gott Creeper Jetzt nicht ernsthaft oder? Und dann leckt sie auch noch Das ist gut Oh Lava Ach komm schon Lava Creeper Tile-Dingsbums Äh 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 wie heißt Teil Äh komm Äh äh Gravel Äh äh Gravel Albert macht hier Beatboxen Komm Oh 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 Komm Oh Warten Das ist die epischste Giga Gammel Kotz Kack Höhle die ich jemals gesehen hab Das ist die Höhle die du gemeint hast Da ist ein Minenschacht Da ist ein Minenschacht gellst du schon Echt? Ja Ja Nein dann war es das nicht Doch ich hab ja deinen Gang gesehen Da hier oben ist ein Minenschacht Den müssen wir eigentlich noch erkunden Ach ich Ich mach das jetzt nicht Dafür hast du keine Nerven mehr Nein ich bin nämlich gerade in meinem Gang und ich hab jetzt keinen Bock wieder zurück zu gehen Okay hier lass ich äh äh aber noch offen dass wir den mal das dann anschauen In Minenschacht Ja 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 Was wir geschafft haben hat vielleicht nur entire game geschafft Ja Ja Weil die waren auch ziemlich weit nach 20 Ja aber komm ey Da haben wir jetzt schon eine Fortune 3 Spitzhacke und Überleg mal was wir alles schon gemacht haben Ja Wir waren schon Endviel gemeint Im halben Dschungel abgefarmt Ja Wir waren in Folge 7 schon im Nether also Ja 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 Junge Ja 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 Am Ja 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 Gänge so lang. Diaz, Diaz, aber die musst du abbauen, Albert. Welchen Gang bist du? Tu mal, was von teleportieren gehört. Da, der Gang, der Gang, der Gang. Komm. Geh grad aus, da. Ja, da bin ich doch, siehst du mich nicht? Nein. Ah doch, dein Schattenring. Komm, komm. Und du hast auf Extreme gestellt. Ja, aber irgendwie Nebel noch an. So, siehst du da. Einer. Der hat drei ge- Der hat einen ge- Der hat einen ge- Der hat einen ge- Der hat drei ge- Schön, und jetzt vergisst du dich. Weiter. 46 Diaz wieder. Oh, das ist ja mal geil. Boah ey, wir sollten mal Treppen hier hinbauen, sodass man nicht immer hier hochspringen muss. Ja, und zu fünf Blöcke, fünf Blöcke Höhe. Dass man nicht immer so an die Decke hört. Das ist voll unnötig. Drei Blöcke reicht. Aber wenn man die Treppe hat, wird das sehr kritisch. So lang's geht, muss man ja nicht zähnbar. Vielen Dank. Ja, da ist schon wieder diese Riesenschlucht. Oh, ja genau, das ist der Daid. Das ist echt eine Minischacht, ja. Okay, ich gehe dann mal wieder zurück. Und nehme den nächsten Gang. Ich habe echt überhaupt kein Goldkonten. Das verändert mich jetzt schon ein bisschen. Ich schon. Zehn. Scheiße. Wir haben hier echt kein Holz, oder? Man, dann muss ich jetzt... Hat mein Headset eigentlich wieder mal gerauscht? Ja, eigentlich fast die ganze Zeit, aber egal. Aber nicht so schlimm, dass du wieder reinpusten musst. Nein. Außerdem würde ich das im Lied auch eh nicht machen. Ja. Ja, weil Albert nervt mich immer und pustet rein, wenn mein Headset... Dingst. Rauscht. Ja, man rauscht. Am Anfang vom Gang finde ich immer Kohle und dann finde ich ein ganz viel Redstone und dann am Ende noch irgendwas Gutes. Und dann kommt diese hässlige Höhle. Wie viele Dias hast du jetzt im Inventar? Nur gar keine, gell? Keine, ich habe es ja immer dir gesagt. Ja, einmal. Ja, das wäre auch unnötig, wenn ich sie abbaue, oder? Ja. Und eine Crafting Table schon, gell? Ja. So, mach ich einen Diaschatz. So, jetzt kannst du dir sicher entlädte Diaschatz machen, Marc. Echt? Cool. Aber ich tue dann erstmal meine Diamant-Rüstung, äh, meine Eisenrüstung aufbrauchen. Ja, ich... Lol, was ist hier? Also ich warte noch mit meiner, bis ich... ...die komplette Rüstung verzaubert habe. Die Diaschatz. So, wish me a little luck, ey. Wish me a little luck, ey. Nein. Nein. Was denn? Dafür level 30. Was war's? Oh Gott. Knockback 2, Bane of the Artopods 4. Ach, wie schön. Also es bringt ja jetzt voll. Oh Gott. Nee, oder? Oh fuck. Na ja, wenigstens, wir mit der Pekkeglück. Mhm. Ach, ich hasse Kies. Ich hasse Kies. Kies. Scheiß Kies.